Ich weiß nicht, dass die Organisation von dieser Konferenz antwortet deine Analyse. Ja, sehr schön. Und die letzte Frage, bitte. Dir gibt es deine Impressions über der Kassenfeld-Universität? Entschuldigung, was war die Frage? Kassenfeld-Universität. Ja. Was? Impressions. Impressions? Ja. Ja, sehr dynamisch. Ich sehe viele junge Leute, die an die Konferenz betrifft. Die Organisation ist sehr positiv. Ja, sehr gute Impressions.